Wie eng haben der frühere österreichische Verfassungsschütze Egisto Ott und der russische Geheimdienst zusammengearbeitet? Vor wenigen Wochen haben wir hier im Podcast die Geschichte von Jan Marsalek erzählt, dem Wirecard-Manager, der sich als russischer Spion entpuppte. Jetzt gibt es in der unglaublichen Agentengeschichte schon wieder einen neuen Strang. Marsaleks mutmaßlicher Komplize im österreichischen Verfassungsschutz, Egisto Ott, wurde kurz vor Ostern festgenommen. Gegen Ott werde von der Wiener Anklagebehörde wegen Amtsmissbrauchs und geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs ermittelt. Der ehemalige Verfassungsschützer stand schon lange im Verdacht, für Russland spioniert zu haben. Jetzt aber kommen neue, brisante Chat-Nachrichten ans Licht, die Egisto Ott schwer belasten. Die neuen Vorwürfe handeln ja davon, dass Ott drei Handys von ehemaligen österreichischen Spitzenbeamten russischen Agenten übergeben hat. Mit der Festnahme von Egisto Ott weitet sich der Skandal rund um Jan Marsalek auch in Österreich weiter aus. Zu einem der größten Spionagefälle in der Geschichte des Landes. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über Marsaleks Helfer im österreichischen Verfassungsschutz, Egisto Ott. Wir wollen wissen, wer dieser Mann ist und wie er von Wien aus für Russland spionierte. Wir fragen nach den Konsequenzen der neuesten Enthüllung und warum Egisto Ott nach jahrelangen Ermittlungen ausgerechnet jetzt festgenommen wurde. Ja, also Egisto Ott ist sicher ein Urgestein quasi in der Staatspolizei und im Staatsschutz. Das ist unser Kollege Fabian Schmid, leitender Redakteur investigativ beim Standard. Wir haben mit ihm hier im Podcast schon öfter über den skandalerschütterten österreichischen Verfassungsschutz gesprochen. Und auch über das Urgestein im BVT, Egisto Ott. Ott ist heute 61 Jahre alt. Ein bulliger Mann mit kurzgeschorenem Haar. Er kommt aus Villach im Bundesland Kärnten. Und seine Karriere im Sicherheitsapparat verläuft erstmal auf ganz klassische Art. Wo man quasi ganz unten unter Anführungszeichen als Polizist beginnt und sich dann halt hocharbeitet und entscheidet, vielleicht in den nachrichtendienstlichen Bereich zu gehen. Bereits in den 90er Jahren stößt Egisto Ott dann zur Einsatztruppe zur Bekämpfung des Terrorismus. Dem Vorläufer des späteren Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT. Also der hat jahrzehntelang Kontakte aufgebaut, ein Netzwerk aufgebaut. Er war dann auch Verbindungsbeamter in Italien, in Rom und dann in der Türkei. Hat also auch ein Netzwerk mit ausländischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten. Und ja, ist dann zurückgekommen nach Österreich, wieder in den Verfassungsschutz. Er war dort auch an sensiblen Stellen tätig in den 2010er Jahren, zum Beispiel bei verdeckten Ermittlern als Führungsperson. Obwohl Egisto Ott's Karriere eigentlich gut läuft, wird er über die Jahre mit seinem Job im Verfassungsschutz immer unzufriedener. Und er ist nicht der Einzige. Die Leute, die sind alle frustriert, frustriert drinnen. Sie haben alle Angst um ihren Job und keiner geht trotzdem etwas sagen. Und nur wenn du mitmachst, wenn du mitmachst, dann wirst du befördert, bekommst du einen Posten und sonst bekommst du einen Posten nicht. Das sagt Egisto Ott Jahre später in einem Interview mit dem Online-Medium ZackZack. Was er meint? Die Stimmung im BVT ist damals nicht die beste. Einige Mitarbeiter sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Behörde geführt wird. Das liegt wohl vor allem daran, dass im Jahr 2000 die konservative Volkspartei das Innenministerium übernimmt, zu dem auch der Verfassungsschutz gehört. Sie bleibt dann 17 Jahre lang verantwortlich für die Behörde. Und man muss sagen, die ÖVP hat im Innenministerium wirklich einen unglaublichen machtpolitischen Plan umgesetzt und sehr, sehr viele Stellen mit treuen Gefolgsleuten besetzt. Also man kann schon nachvollziehen, dass sich viele Personen dort benachteiligt gefühlt haben. Einige langjährige Mitarbeiter, wie eben auch Egisto Ott, haben das Gefühl, dass Posten mehr nach Parteizugehörigkeit als nach Kompetenz vergeben werden. Und so hat sich dann nach und nach eben dieses Netzwerk gebildet rund um Egisto Ott. Und ja, ein Teil davon hat sich dann tatsächlich zu einer nachrichtendienstlichen Zelle, wie es Ermittler bezeichnen, weiterentwickelt. Über diese Zelle an abtrünnigen Verfassungsschützern haben wir ja schon öfter gesprochen. Zum einen rebellieren die Beamten damals gegen ihre eigene Führung. Und zum anderen schleust die Truppe aber auch immer wieder sensible Informationen aus dem Verfassungsschutz nach außen. Mutmaßlich gegen Geld. Zu diesem Netzwerk gehört neben Egisto Ott auch ein Mitarbeiter namens Martin Weiß. Er ist lange ein hohes Tier im BVT. Abteilungsleiter, zuständig für den Nachrichtendienst, die Spionageabwehr und das Terrorismusreferat. Und wie wir heute wissen, arbeitet Martin Weiß spätestens ab 2017 für Jan Marsalek. Es gibt Ermittlungsunterlagen, die uns vorliegen. Da wird von einer nachrichtendienstlichen Zelle gesprochen, die Marsalek zusammen mit Ott und Martin Weiß gegründet haben soll, um eben für russische Interessen zu arbeiten. Sie hören hier unseren Kollegen Roman Leberger vom Spiegel. Er ist einer der Investigativjournalisten, die maßgeblich an der großen Enthüllungsgeschichte über Jan Marsalek mitgearbeitet haben. Dank dieser Recherche wissen wir inzwischen, dass Jan Marsalek jahrelang für russische Geheimdienste gearbeitet hat und das mutmaßlich bis heute tut. Und dass Marsalek die abtrünnigen Verfassungsschützer Martin Weiß und Egisto Ott nutzt, um aus dem BVT geheime Informationen für Russland anzuzapfen. Die haben nach Verdachtslage offenbar für Marsalek die Drecksarbeit übernommen. Also wenn Marsalek Informationen wollte aus dem österreichischen Sicherheitsapparat, dann waren die beiden sozusagen die Go-To-Guys. Marsalek beauftragt Weiß, Weiß beauftragt Ott und dann geht das Ganze wieder dieselbe Kette zurück. Die Informationen, die Martin Weiß und Egisto Ott für Marsalek beschaffen, betreffen etwa Personen, die auf der Feindesliste des Kreml stehen. Journalisten, die kritisch über Russland berichten. Darüber sprechen wir später noch. Seit ein paar Tagen wissen wir, dass Egisto Ott für Jan Marsalek aber nicht nur mutmaßlich Informationen beschafft hat. Er soll auch Handys und einen Laptop über Wien in Richtung Moskau übergeben haben. Um diesen neuen verrückten Strang in der Agentengeschichte zu verstehen, müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Es beginnt etwas ungewöhnlich mit einem Kanu-Unfall. Wir befinden uns da im Sommer 2017, eben kurz bevor das Innenministerium von schwarz auf blau wechseln würde, was damals aber noch niemand wusste. Damals war Innenminister Wolfgang Sobotka und in seinem Kabinett waren Personen tätig, deren Namen heute noch klingend sind. Zum Beispiel Katharina Nehammer, das ist die Ehefrau des heutigen Bundeskanzlers. An einem Sommertag macht das Kabinett einen Ausflug ins Grüne zum Teambuilding. Es geht nach Tulln in Niederösterreich und auf dem Programm steht ein Kanu-Ausflug. Für unerfahrene Paddler ist es eine eher wackelige Angelegenheit. Und wie es der unglückliche Zufall so will, bringt Katharina Nehammer eines der Boote zum Kentern. Nicht nur die Kabinettsmitglieder werden dabei nass, sondern auch ihre Handys. Smartphones mit Familienfotos, Kontakten und sensiblen dienstlichen Unterlagen landen im Wasser. Mindestens drei Geräte von wichtigen Beamten hat es dabei erwischt. Das Handy von Michael Kleubmüller, jahrelanger Kabinettschef im Innenministerium. Das vom heutigen Bundespolizeidirektor. Und das Handy des Direktors des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Ja, und was macht man, wenn ein Smartphone nass ist? Man bringt es in die Reparatur. Und im Innenministerium gab es quasi die interne Reparatur, nämlich die IT-Abteilung des Verfassungsschutzes. Dorthin, so rekonstruiert es unser Kollege Fabian Schmidt, werden die Handys der drei Spitzenbeamten also gebracht. Doch der IT-Mitarbeiter, der die Fotos und Unterlagen retten soll, ist ausgerechnet Teil der abtrünnigen Clique im Verfassungsschutz rund um Egisto Ott und Martin Weiß. Und offenbar hat man sich da gedacht, in dieser Gruppe, das ist doch eine hervorragende Munition. Wenn die uns die Handys überreichen, dann lesen wir die durchaus, dann sammeln wir diese Daten und behalten uns das. Was danach passiert, darüber gibt es verschiedene Versionen. Der Egisto Ott behauptet, er hat die drei Handys einfach in einem weißen Kuvert bekommen in der Post. Ich glaube eher, dass das schon in diesem Netzwerk passiert ist und dass es da Übergaben gegeben hat. Jedenfalls landen die Smartphones irgendwann bei Egisto Ott und es wird versucht, die Geräte zu knacken. Das war aber sehr teuer, das ist nicht ganz gelungen. Man wollte irgendwie einen IT-Spezialisten aus Israel einfliegen lassen, der sich mit Verschlüsselung auskennt. Konnte dann aber den nötigen Preis von ca. 2000 Euro nicht bezahlen. Am Ende gelingt es offenbar nur, das Handy des Kabinettschefs Michael Kleubmüller auszulesen. Damit passiert dann erst einmal eine Weile gar nichts. Fünf Jahre später werden dann aber die Daten des Handys von Kleubmüller an mehrere Medien und Politiker gespielt. Sie enthalten brisante Chat-Verläufe, die die ÖVP mächtig unter Druck setzen. Es wurde dann auch großflächig berichtet über die Chats auf dem Smartphone von Michael Kleubmüller. Da wird sehr viel in Richtung Postenkorruption angedeutet. Es hat dann auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und irgendwie dachte man dann, damit sei diese Handysache abgehakt. Die Ermittlungen werden schließlich auch eingestellt. Aber abgehakt ist die Sache längst nicht. Kurz vor Ostern in diesem Jahr wird bekannt, dass britische Ermittler eine Spur gefunden haben, die zu den drei ins Wasser gefallenen Handys führt. Und zu Jan Marsalek. Diese Spur beginnt zunächst an einem anderen Schauplatz. In London steht ein bulgarischer Agentenring vor Gericht, also Bulgaren, die im Auftrag von Marsalek und dem russischen Geheimdienst eben agiert haben sollen, spioniert haben sollen, Leute quer durch Europa verfolgt und observiert und ausspioniert haben sollen. Um diesen Agentenring, den unser Kollege Roman Lehberger hier anspricht, geht es ausführlich in unserer Marsalek-Serie. Deshalb an dieser Stelle nur ganz kurz zusammengefasst, worum es geht. Marsalek soll einer Gruppe von Bulgaren, die in Großbritannien lebt, Anweisungen geschickt haben. Aufträge, um Feinde des Kreml zu verfolgen. Fünf der Beschuldigten wurden im Februar 2023 wegen Spionageverdachts festgenommen. Bei den Ermittlungen konnten rund 80.000 Chat-Nachrichten sichergestellt werden zwischen den Bulgaren und Jan Marsalek. Und Auszüge aus diesen Chats wurden jetzt kürzlich von Großbritannien an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt. Weil darin nämlich Ägisto Ott erwähnt wird und die besagten Handys der Spitzenbeamten aus Österreich. Also Marsalek unterhält sich in diesen Chats mit dem Führer dieses bulgarischen Agentenrings und die reden eben über diese Handys und dass diese Handys dort und dort abgeholt werden können. Die Ermittler glauben, dass Ägisto Ott die Handys im Auftrag von Jan Marsalek an russische Agenten übermittelt hat. Und zwar in einer Wohnung in Wien, die dem Schwiegersohn von Ägisto Ott gehört. In dieser Wohnung tauchen am 10. Juni 2022 Kuriere für den russischen Geheimdienst auf. Es ist sehr naheliegend, dass das eben Mitglieder aus diesem Agentenring in London waren oder zumindest Leute, die mit diesem Agentenring eng in Verbindung standen. Denn Marsalek unterhält sich mit Orlin Rousseff. Orlin Rousseff ist der Anführer dieser bulgaren Truppe, die in London vor Gericht steht. Und er bespricht diese Abholung mit Orlin Rousseff. Und der Bulgare organisiert daraufhin die Übergabe. Ob er dafür weitere Angeklagte in dem Londoner Verfahren rekrutiert hat oder ob er wiederum andere Helfer dorthin geschickt hat, das wissen wir noch nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Bulgarenring entweder größer ist als bislang bekannt oder dass eben Mitglieder selbst aus diesem Ring daran mitgewirkt haben. Laut den Ermittlern werden die Handys dann von Wien zunächst in die Türkei geschleust. In Istanbul werden sie offenbar an eine weitere mutmaßliche Helferin Moskaus übergeben. Eine Frau namens Tatjana Spiritonova. Laut europäischen Sicherheitskreisen eine russische Bekannte von Jan Marsalek. Mit Verbindungen zum russischen Inlandsnachrichtendienst FSB. Unsere Kollegen konnten ihre mutmaßliche Helferrolle bei der Übergabe anhand von geleakten Flugdaten rekonstruieren. Die wurden dem Spiegel und der russischen Investigativplattform The Insider zugespielt. Und diese Flugdaten zeigen, dass die Russin am 11. Juni 2022, also einen Tag nach der Handyübergabe in Wien, von Moskau nach Istanbul fliegt. Sie bleibt dort nur wenige Stunden und reist laut den Flugdaten gleich wieder nach Russland zurück. Vermutlich mit den österreichischen Handys im Gepäck. Kurz nach ihrer Ankunft in Moskau lockt sich dann ihr eigenes Handy in unmittelbarer Nähe der Ljubljanka ein. Der Sitz des Inlandsgeheimdienstes FSB. Knapp zwei Monate nach der Übergabe der Handys in Wien soll in derselben Wohnung, die Egisto Ott offenbar zur Verfügung stellt, wieder ein russischer Kurier aufgetaucht sein. Er überbringt diesmal eine unbestimmte Menge Bargeld. Offenbar die Gegenleistung für die Handys. Und immer wieder ist diese Wohnung eben Anlaufstelle dann für Mitglieder dieses bulgarischen Agentenrings, um dort eben Materialien abzuholen und die dann nach Russland zu verbringen, beziehungsweise über weitere Helfer dann eben nach Moskau zu verschiffen. Ein anderes Mal im November 2022 tauscht sich Jan Marsalek mit Mitgliedern des Agentenrings über einen Computer aus, der nach Moskau gebracht werden soll. Da ist die Rede von einem Sina-Laptop, der jetzt abgeholt werden könne in der Wohnung in Wien, die Ott offenbar zur Verfügung gestellt hat. Und das ist einigermaßen heikel und brisant. Es ist nicht ganz klar, wo dieser Laptop herkommt. Was klar ist, ist, dass Sina eine Kryptotechnik ist. Diese Kryptotechnik wurde von deutschen Behörden entwickelt, um Computerkommunikation besser zu verschlüsseln. Das Deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz und sogar die NATO nutzen die Sina-Technik, um sensible Daten zu übertragen. Und woher auch immer hat Ott offenbar einen Sina-Laptop, also besonders geschützten Laptop, organisiert, der dann eben auch zur Abholung in dieser Wohnung bereitgestellt wird und den dann auch wiederum diese bulgarischen oder russischen, im Auftrag russischer Geheimdienste handelnde Bulgaren abholen und nach Moskau zur Auswertung verschicken. Jan Marsalek bestätigt später im Chat mit dem Chef des Agentenrings, dass der Laptop ohne Probleme zur FSB-Zentrale in Moskau gebracht worden sei. Russische Flugdaten zeigen, dass auch hier wieder die Marsalek-bekannte Tatjana Spiritonova eine Rolle bei der Übergabe gespielt haben könnte. Auf Anfragen von Spiegel und Standard hat sie sich bislang nicht geäußert. Der besagte Laptop beschäftigt mittlerweile auch deutsche Sicherheitsbehörden. Denn es gibt da viele offene Fragen. Kommt dieser Laptop von deutschen Behörden? Ist das vielleicht ein Laptop, den Marsalek und seine Helfer, also Ott oder wer auch immer, aus Deutschland beschafft hat von einem deutschen Behördenmitarbeiter, von einem deutschen Verfassungsschutzmitarbeiter? Das wissen wir noch nicht. Die Ermittler sind sich zumindest sicher, dass der Computer aus Europa stammen muss. Das Material auf dem Laptop ist den Russen offensichtlich ziemlich viel wert. Zu der Übergabe in Wien bringen die Kuriere 20.000 Euro in bar mit. Um den Geldfluss kümmert sich laut Chat-Nachrichten auch wieder Jan Marsalek. In einer Nachricht an den Anführer des Agentenrings schreibt er, Also in etwa, die für Geldwäsche zuständigen Agenten hätten Bargeld besorgt und würden es in Berlin weitergeben. Wer die Helfer in Berlin sind, die das Geld dort entgegennehmen, das wissen wir nicht. Die brisanten Chat-Nachrichten zwischen Jan Marsalek und dem Anführer des Agentenrings bringen noch weitere Details ans Licht. Sie betreffen die Personenabfragen, über die wir schon gesprochen haben, die Egisto Ott mutmaßlich im Auftrag von Marsalek durchgeführt hat. Diese Abfragen haben offenbar einen Journalisten in Lebensgefahr gebracht. Christo Grosef, unser Kollege, Investigativjournalist und Spiegelmitarbeiter, dessen Privatadresse Ott zum Beispiel recherchiert hat im Auftrag Marsaleks. Der Investigativjournalist Christo Grosef hat immer wieder kritisch über Putin und den Kreml berichtet. Aus Ermittlungsunterlagen geht hervor, dass Egisto Ott im März 2021 beim Meldeamt in Spital an der Trau in Kärnten eine Auskunft erfragt. Und zwar nach der Privatadresse von Christo Grosef, der damals in Österreich lebt. Egisto Ott ist zu diesem Zeitpunkt gerade vom Dienst suspendiert, behauptet aber beim Meldeamt, er sei Polizeibeamter im Dienst. Er bekommt Grosefs Adresse und leitet sie offenbar an Jan Marsalek weiter. Der wird dann wiederum mehr als ein Jahr später, und zwar genau einen Tag, nachdem die russischen Geheimdienstler sich für die Handyübergabe in Wien aufhielten, in einem Telegram-Chat vom bulgarischen Anführer des Agentenrings darüber informiert, dass ein Team die Wohnung von Grosef getreten hätte. Dieses Team, so heißt es in den Chats, habe einen Laptop sowie USB-Sticks mitgenommen. Christo Grosef bestätigt später, dass der Einbruch in seiner Wohnung stattgefunden hat. Anfang 2023 erhält der Journalist dann plötzlich eine Warnung von westlichen Sicherheitsbehörden. Denn man hätte konkrete Erkenntnisse zu Anschlagsplänen russischer Dienste. Er ist wirklich bedroht. Sein Leben ist bedroht. Sein Leben ist in Gefahr. Und er musste umziehen, was also zeigt, wie gefährlich diese Arbeit von Ott teilweise dann auch gewesen ist. Die Chats aus Großbritannien sind aus Sicht der Staatsanwaltschaft Wien so belastend, dass sie einen 86 Seiten langen Haftbefehl gegen Ägisto Ott ausstellt. Am Freitag, den 29. März 2024, wird der mutmaßliche Malwurf im Verfassungsschutz festgenommen. Seit Ostermontag sitzt Ägisto Ott nun in Untersuchungshaft. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber. Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne. Der Standard, der Haltung gewidmet. Wegen Spionageverdachts ist Ägisto Ott heute festgenommen worden. Das Brisante daran, er wird der Spionage für Russland verdächtigt. Angesichts der aktuellen Geschehnisse rund um den Verdacht der Spionage durch einen ehemaligen Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung beruft Bundeskanzler Karl Nehammer den Nationalen Sicherheitsrat für 9. April ein. Die Nachricht von der Festnahme von Ägisto Ott schlägt in Österreich ein wie eine Bombe. Denn gegen den Ex-Verfassungsschützer wird inzwischen seit sieben Jahren ermittelt. Und wenn man so zurückblickt, dann stellt sich schon die Frage, warum erst jetzt ein Haftbefehl gegen ihn ausgesprochen wurde. Denn der Verdacht, dass Ägisto Ott womöglich für Russland spionieren könnte, der taucht schon viel früher auf. Also offenbar dürfte es schon, da sind wir aber gerade dran, das weiter zu recherchieren, dürfte es schon zu seiner Zeit in der Türkei einige Warnungen gegeben haben. Da wären wir 2010 bis 2012. Wie unser Kollege Fabian Schmidt sagt, sind die Fakten hierzu noch nicht ganz eindeutig. Was wir aber wissen ist, dass spätestens im Jänner 2017 ausländische Geheimdienste vor Ägisto Ott gewarnt haben. Ja, es ist richtig, dass wir aus dem Ausland Hinweise erhalten haben auf eine Tätigkeit von Ott möglicherweise für Russland. Das bestätigt auch der damalige Chef des Verfassungsschutzes, Peter Griedling, hier im Gespräch mit dem ORF. Er nimmt die Warnungen aus dem Ausland damals ernst und lässt intern gegen Ägisto Ott ermitteln. Heute wissen wir, dass Ott schon zwischen 2015 und 2017 fast 400 illegale Abfragen in der Datenbank des Innenministeriums getätigt hat und die gesammelten Daten zum Teil auch verkauft hat. Bei den Ermittlungen damals kommt trotzdem erstmal nichts raus. Es gab Ermittlungen dazu, aber diese Ermittlungen haben nichts Unnormales erbracht. Und Abfragen zu machen, ist Teil der Arbeit der Kriminalbeamten. Also nicht jede Abfrage, die getätigt wird, ist gleich ein Verdacht auf eine nachrichtendienstliche Tätigkeit. Das sagte der ehemalige Leiter des BVT jetzt auch nochmal rückblickend im Interview mit dem ORF. Erst ein paar Monate später, Ende 2017, gibt es dann etwas Handfesteres gegen Igisort. Die Hinweise dazu gelangen von britischen Geheimdiensten an den österreichischen Verfassungsschutz. Da wurde BVT-Direktor Griedling darüber informiert, dass sich Ott zahlreiche Daten selbst geschickt hatte, von seiner dienstlichen E-Mail-Adresse an seine private Adresse. Und dass das eben ein Vorgang war, um geschützte Daten nach außen zu bringen, außerhalb der Sicherheitsarchitektur des BVT. Igisort selbst bestreitet die Vorwürfe immer wieder vehement. Zum Beispiel hier im Interview mit dem Online-Portal ZackZack. Für den Chef des Verfassungsschutzes ist der Verdacht damals jedoch stark genug, um Ott aus dem Dienst zu suspendieren und ihn bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Und da ist dann auch quasi das erste Verfahren gegen Ott eingesetzt worden. Es hat sich dann sehr lange gezogen, da ist relativ wenig passiert. Da hat man quasi keine Kontakte zwischen Ott und russischen Agenten feststellen können. Aus dem Verfassungsschutz scheidet Igisort 2017 zwar offiziell aus, seine Kontakte ins Innenministerium bestehen aber weiterhin. Er bekommt zunächst einen Posten in der Sicherheitsakademie des Innenministeriums. Nebenbei soll er damals auch noch als Privatermittler arbeiten. Unter dem Decknamen Giovanni Parmigiano. Aber das nur am Rande. Er war dann auch eine Weile zum Beispiel bei der Corona-Hotline des Innenministeriums tätig. Das Problem war einfach da auch, dass er so ein großes Netzwerk gehabt hat innerhalb der Behörden. Und es steht ja der Verdacht im Raum, dass er dieses Netzwerk genutzt hat, um weiterhin interne Daten abzuzapfen. Im Jahr 2021 wird Igisort dann sogar kurzzeitig wegen Spionageverdachts in Untersuchungshaft genommen. Das ist die Zeit, in der durch die Ermittlungen rund um Wirecard erstmals die Aktivitäten von Igisort für Jan Marsalek und Martin Weiß ans Licht kommen. Also die Personenabfragen, über die wir schon gesprochen haben. Trotzdem wird Igisort nach kurzer Zeit wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Beweise reichen offenbar nicht aus. Es war sogar so, dass vor rund einem Jahr im März 2023 das Oberlandesgericht Wien angeordnet hat, der Staatsanwaltschaft Wien, sie dürfe nicht mehr länger wegen Spionagevorwürfen gegen Ott ermitteln. Weil es einfach viel zu viel Zeit schon war, seit 2017 bis 2023, hat das Gericht gesagt, wenn ihr bis jetzt nichts Anklagefähiges gefunden habt, dann lasst diesen Strang fallen. Ermittelt wird gegen Ott auch danach noch weiter. Etwa wegen Amtsmissbrauchs oder dem Verrat von Datengeheimnissen. Aber es reicht eben nie für eine Anklage. Nicht alles, was sozusagen dort im Nachrichtendienstgeschäft an Informationen hervorkommt, ist immer verwendbar in einem Gerichtsverfahren. Und das hat Ott, glaube ich, sehr lange in die Hände gespielt. Und deswegen hat er auch bei unserem Treffen in Kernen immer wieder gesagt, das sei eine Verschwörung. Unser Kollege Roman Leberger hat Igis de Ott nämlich Anfang dieses Jahres persönlich getroffen. Oder genauer gesagt ihn abgefangen, vor seinem Haus in Kärnten. Er hat einen sehr selbstsicheren Eindruck gemacht. Also war überhaupt nicht irgendwie bedrückt oder schien jetzt überhaupt nicht irgendwie gebeugt von den ganzen Ermittlungen gegen ihn und Vorwürfen, sondern hat einen sehr selbstbewussten, freundlichen Eindruck gemacht. Hat einen sehr festen Händedruck und ist so ein eher noch stämmiger Kerl. Er stand da in so einer Steppjacke und dicker Uhr am Arm und mit seinem Hund Bentley. Igis de Ott lässt sich auf einen Spaziergang mit unserem Kollegen ein, der ihn dann mit den Spionagevorwürfen konfrontiert. Ich habe mit ihm über eine Stunde geredet und ihm immer wieder Informationen vorgehalten, Chats vorgehalten, die uns vorliegen, wo doch erkennbar ist oder ersichtlich ist, dass er da gegen Regeln verstoßen hat. Doch Igis de Ott hat seine eigene Sichtweise darauf. Diese Vorwürfe aus angeblich amerikanischen Geheimdiensten, dass er alles erstunken und erlogen, die hätte es nie gegeben. Das hätte dieser ehemalige BVT-Chef alles nur erfunden. Und was sich bei dem Besuch auch zeigt, Igis de Ott streitet nicht nur alle Vorwürfe ab. Er fühlt sich mit seiner Version der Geschichte offenbar ziemlich sicher. Weil er eben genau weiß, dass es da schwierig wird, das alles gerichtsfest zu belegen. Man wirft mir vor, dass ich Staatsgeheimnisse an Russland verraten hätte. Und das habe ich aber nicht. Auch in Interviews, wie hier mit Zack-Zack, betont Igis de Ott immer wieder voller Selbstbewusstsein seine Unschuld. Wie sicher er sich all die Jahre fühlt, das zeigt auch die Tatsache, dass er in Österreich geblieben ist. Anders als Martin Weiß, Marsaleks zweiter Helfer aus dem österreichischen Verfassungsschutz. Der hat sich nämlich nach Dubai abgesetzt, nachdem er einmal festgenommen und wieder freigelassen wurde. Österreich verlassen hat Martin Weiß offenbar mit der Hilfe von Jan Marsalek, wie die Kommunikation mit dem Anführer des bulgarischen Agentenrings auch zeigt. In diesen Chats ist jetzt auch zu lesen, dass Marsalek Martin Weiß nach Dubai evakuiert habe. Also das ist O-Ton evakuiert. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wäre Martin Weiß vor dem Zugriff österreichischer Behörden sicher, weil es mit diesem Land kein Auslieferungsabkommen gibt. Igis de Ott dagegen sieht offenbar keinen Anlass, das Land zu verlassen. Im Gegenteil, er arbeitet mutmaßlich weiter als Spion, trifft russische Agenten, verkauft Handys an den Geheimdienst, obwohl längst gegen ihn ermittelt wird. Ich glaube, dass er sowohl gut geschauspielert hat, als auch sich sehr sicher gefühlt hat. Ich glaube, er war nach den jahrelangen Ermittlungen, die, ich will nicht sagen versandet sind, aber die so ein bisschen vor sich hin dümpelten, es gab ja nie eine Anklage bislang, dass er schon dachte, er kommt da jetzt heil irgendwie raus und kann seiner Linie treu bleiben und sich als Opfer darstellen. Glaubwürdig war das für Leute, die sich da ein bisschen auskennen und die die Ermittlungen kennen und die Aktenlage kennen, war das nie. Was Egisto Ott vermutlich auch Sicherheit vermittelt hat, das Netzwerk, das er sich über seine jahrzehntelange Arbeit im österreichischen Sicherheitsdienst und im Innenministerium aufgebaut hat. Es gibt sehr viele Personen, die noch durchaus eng mit Egisto Ott waren. Er dürfte auch eine sehr einnehmende Persönlichkeit gehabt haben, also dass die Leute ihm vertraut haben. Und es gab auch ein Familienmitglied zum Beispiel von Egisto Ott, das noch lange im Verfassungsschutz tätig war, an einer sehr sensiblen Stelle. Und da ist es natürlich auch sehr schwierig, da jetzt rein zu sagen, aus Siebmerhaftung, ein Verwandter darf jetzt nicht mehr im Bereich des Nachrichtendienstes arbeiten, weil es gegen jemand anderen Vorwürfe gibt. Aber gleichzeitig ist das natürlich schon auch etwas, was den Vorgesetzten dann sehr im Magen lag. An welchen Stellen in den Behörden womöglich noch heute Leute sitzen, die Egisto Ott wohlgesonnen sind, das wissen wir nicht. Unser Eindruck war auch, dass in Österreich da vielleicht teilweise an entscheidender Stelle ein bisschen auf die Bremse getreten wurde, was die Ermittlungen gegen Ott angehen. Dieser Verdacht, der wurde uns auch zugetragen aus hochrangigen Staatsschutzquellen in Österreich, die sagen, also wir glauben, dass Masalex Netzwerk weiterhin Unterstützer hat, hier in unserem Sicherheitsapparat, also dass noch nicht alle Spione sozusagen enttarnt sind. Und deswegen war immer der Verdacht, dass es da vielleicht Widerstände gibt, um wirklich konsequent auch gegen Ott weiter zu ermitteln, das zur Anklage zu bringen. Doch selbst wenn jemand auf die Bremse getreten haben sollte, die von Großbritannien übermittelten Jets liefern nun offenbar so viel belastendes Material, dass auch das nicht mehr reicht, um Egisto Ott zu schützen. Die Reaktionen aus der Politik lassen nach der Festnahme Ott nicht lange auf sich warten. Also ich glaube, dass es tatsächlich ein Entsetzen gibt, ein authentisches darüber, dass hier russische Agenten in Wien Smartphones von Beamten an sich nehmen und dass klar ist, dass man hier etwas tun muss. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hat für den 9. April den sogenannten Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Dort treffen sich die Ministerinnen und Minister, der Chef des Verfassungsschutzes, Spitzenbeamte des Militärs und Vertreter der einzelnen Parlamentsparteien. Also das ist meiner Ansicht nach vor allem eine symbolische Geste. Jetzt hat es zum Beispiel gegeben, natürlich noch einen Terroranschlag oder nachdem breitflächige Überwachung in Österreich durch den BND bekannt wurde oder rund um die Identitären und den Terroranschlag in Neuseeland und die Spende des Attentäters. Also immer wenn etwas ist, das die Öffentlichkeit schon bewegt, dann sagt man, okay, wir machen diesen Nationalen Sicherheitsrat, wir zeigen, wir nehmen das ernst. Einen konkreten Arbeitsplan gibt es nach so einem Treffen allerdings nicht. Dafür sind die Ministerinnen und das Parlament zuständig. Die Justizministerin Alma Sadic von den Grünen hat mittlerweile auch schon eine Gesetzesänderung vorgeschlagen. Aktuell ist es nämlich so, dass Spionageaktivitäten in Österreich nur strafbar sind, wenn sie sich gegen Österreich richten. Wenn andere Staaten oder internationale Organisationen Ziel dieser Aktivitäten sind, dann ist das aktuell straffrei. Die aktuellen Nachrichten führen uns vor Augen, dass es notwendig ist, dass diese strafrechtlichen Lücken geschlossen werden müssen. Wir müssen darauf achten, dass alle Spionageaktivitäten in Österreich strafbar sind, egal gegen wen sie sich richten. Das sagt Sadic gegenüber dem ORF. Reaktionen auf die Enthüllung kommen aber von allen Parteien. Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis man sich da gegenseitig Vorwürfe macht. Vor allem die rechtspopulistische FPÖ steht im Zentrum der Vorwürfe. Da wissen wir mittlerweile, dass Egisto Ott vor allem Kontakt hatte zum damaligen braunen Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein. Da gab es deswegen auch eine Hausdurchsuchung bei Jenewein im Jahr 2021. So soll Egisto Ott Informationen an den FPÖ-Mann weitergegeben haben, mutmaßlich sogar gegen Geld. Dazu wird auch ermittelt, aber in diesem Verfahren tut sich wenig, soweit ich weiß. Und das wurde auch von Seiten der FPÖ bestritten. Aber nicht nur zur FPÖ hat Ott gute Verbindungen. Er behauptet zumindest von sich selbst, dass er früher einmal aktives Mitglied der Sozialdemokraten war. Außerdem pflegt er Kontakte zum NEOS-Politiker Helmut Brandstetter oder zum Ex-Grünen Peter Pilz. Auf dessen Plattform Zack-Zack wurden auch die gesammelten Handydaten von Michael Kleubmüller, die nach dem Kanu-Unfall in Egisto Ott's Hände gefallen waren, als allererstes veröffentlicht. Gleichzeitig gibt es halt auch einen ganzen Kosmos an ÖVP-nahen Persönlichkeiten, die mit Marschallek zu tun hatten und die jetzt zum Beispiel ermittlungstechnisch noch nicht so im Fokus standen. Darauf weisen wieder die FPÖ und andere Teile der Opposition hin. Egisto Ott war also als Netzwerker ziemlich umtriebig in der österreichischen Innenpolitik. Auch wenn er laut unserem Kollegen der FPÖ wohl am nächsten stand. Was in dem ganzen innenpolitischen Hickhack allerdings fast untergeht, ist die vielleicht wichtigste Frage. Wie kann es sein, dass Egisto Ott's Spionagetätigkeiten in Österreich so lange unbemerkt geblieben sind? Man fragt sich jetzt schon, wie kann es sein, dass Egisto Ott im Sommer 2022 russische Agenten getroffen hat. Andererseits, was soll man machen? Soll man ihn fünf, sechs Jahre lang observieren rund um die Uhr? Das wären Kosten, die unvorstellbar sind. Ressourcenknappheit im Sicherheitsapparat bei immer größer werdenden Bedrohungen. Das ist wohl eine Erklärung. Eine andere formuliert unser Kollege Fabian Schmid so. Nachrichtendienste geben ihre Infos ungern her, damit die Staatsanwaltschaft dann etwas unternimmt, weil da halt sehr viel offengelegt wird. Wie sind sie zu den Informationen gekommen? Wer sind vielleicht ihre menschlichen Quellen? Etc. Etc. Die wollen einfach gern dieses Wissen sammeln. Und das hakt dann ein bisschen in der Umsetzung. Womöglich hat es aber auch außenpolitische Gründe, dass Egisto Ott so lange mehr oder weniger frei agieren konnte. Ich glaube, es ist leider so, dass der österreichische Sicherheitsapparat, die österreichische Politik, schon sehr lange von russischen Interessen durchdrungen ist. In Deutschland war das ja auch immer ein Problem. Also es ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Wir haben ähnliche Probleme gehabt mit Gasprom, Gerhard Schröder und so weiter. Das ist ja alles bekannt. Aber ich glaube, in Österreich war das immer noch mal eine Spur schlimmer, dass es dort also massive wirtschaftliche Interessen gab, um sich wirklich ganz eng an Russland anzubinden, dass es ganz lange auch nicht verpönt war und dass eben diese Penetration der österreichischen Gesellschaft durch russische Interessen auch nicht vor den Geheimdiensten Halt gemacht hat. Wurde Österreich wegen seiner Nähe zu Russland gezielt ausgesucht, um dort zu spionieren? Ich glaube, prinzipiell ist jedes EU-Land eine Zielscheibe für Russland. Österreich vielleicht noch einmal speziell, weil man bei uns eh schon eine russlandfreundliche Einstellung in einigen Teilen von Politik und Wirtschaft feststellen kann, weil man Österreich vielleicht so ein bisschen als Wackelkandidat sieht, was jetzt zum Beispiel strenge Sanktionen gegen Russland auf EU-Ebene und so weiter betrifft. Und da ist es, glaube ich, für Russland dann natürlich schon wichtig, gut zu wissen, wo man eventuell ansetzen müsste, um Österreich noch mehr in Richtung Russland zu pushen. Ein überlasteter Verfassungsschutz, in dem es dazu noch eine Zelle gibt, die gegen die eigene Führung agiert. Mangelnde gerichtsfeste Beweise und eine Politik, die insgesamt russlandfreundlich eingestellt ist. Das alles hat wohl dazu geführt, dass es mehr als sieben Jahre gedauert hat, bis ein mutmaßlicher Maulwurf im Verfassungsschutz gefasst wurde. Egisto Ott könnte die Verbandelung mit russischen Geheimdienstlern durch die Jets aus Großbritannien jetzt doch noch zum Verhängnis werden. Und die Auswertung der Nachrichten dürfte noch gar nicht abgeschlossen sein. Ich glaube, je mehr aus England da auch bekannt wird, und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht die letzte Charge an Jets und Beweismitteln aus England ist, die da nach Österreich kommt. Egisto Ott bleibt auch nach der Festnahme bei seiner Version der Geschichte. Die Vorwürfe streitet er konsequent ab. Je enger es wird, desto enger werden auch Ott's Spielräume, bei seiner Abwehrhaltung zu bleiben. Und letztlich ist vielleicht sein einziger Ausweg wirklich einmal auszupacken. In Österreich hat zwar die Kronenzeitung über ein Teilgeständnis berichtet, das Ott angeblich abgelegt haben soll. Unser Kollege Fabian Schmidt hält das aber für unwahrscheinlich. Also wir wissen nichts davon, dass er da jetzt eine Lebensberechte abgelegt hätte. Er ist ja schon vielfach auch davor einvernommen worden. Und da war es immer so, dass er zu gewissen Sachen schon etwas sagt und zu gewissen Sachen dann schweigt, was ja sein Recht ist als Beschuldigter. Und von dem her vielleicht wird er auch einige Dinge erklärt haben aus seiner Perspektive, warum diese Handys übergeben wurden oder nicht. Das ist jetzt reine Spekulation. Aber das dann als wirkliches Geständnis aufzufassen, das würde, glaube ich, zu weit gehen. Jetzt sitzt Egisto Ott jedenfalls in Haft. Bis auf Weiteres. Ich vermute, dass er recht lange in Untersuchungshaft bleiben wird. Also dafür ist das einfach zu steil, was passiert ist. Und glaube aber auch, dass gerade jetzt aufgrund dieser neuen Entwicklungen doch noch einige Zeit benötigt wird von Seiten der Staatsanwaltschaft, um zu einer Anklage zu kommen. Spannend dürfte es im Herbst werden. Denn da beginnt in London der Prozess gegen den bulgarischen Agentenring, an dessen Spitze ja mutmaßlich an Marsalek steht und deren Chats eben die Grundlage für Ott's Festnahme bilden. Vielleicht gibt es da auch einige Informationen wieder, die nach Österreich führen. Und wenn es wirklich so ist, dann hören Sie darüber auf jeden Fall in Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns gerne auch ein paar Sterne da. Und noch eine Ankündigung, falls Sie uns persönlich treffen wollen. Wir sind auch in diesem Jahr wieder zu Gast beim Journalismusfest in Innsbruck. Und zwar am 5. Mai. Die Tickets sind kostenlos und Sie bekommen weitere Infos unter journalismusfest.org. Wir würden uns natürlich sehr freuen, den ein oder anderen von Ihnen dort persönlich zu treffen. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insideaustria.at spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abo unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash derstandard. Alle Links und Infos gibt es wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Scholt-Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss und Baba. Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.